Wir haben ein Thema von Befestungen und falschen Geistern. Das ist ein Thema, das manchmal auch hier gebracht wurde. Ich glaube, es ist ein wertvoller Thema, wo wir gerne anleeren. Ich habe noch einmal die verschiedensten falschen Geistern, die da sind. Ich habe lange ein bisschen negative Träume gewonnen. Wir reden von Besäten mit Geistern oder falschen Geistern oder falschen Propheten. Ich glaube, bei mir ist das nicht ganz so amatlich davon reden, außer nur wir. Wenn es ein bisschen klar hat, dass ich Angst habe bei sich. Geistern. Aber falls ich manchmal fand, wenn ich weiß, was das wirklich kostet. Das ist ein falschen Geistern. Und vielleicht sogar noch mit einem gebungenen Umstand, wo ich loskomme, wo ich immer war, immer geistern habe. Und, was ich sage, ein Fälle von denen weiß ich nicht. Das ist ein falschen Geistern. Ich weiß nicht, wie ein Mensch mit einem Teufel besäten ist. Das ist ein falschen Geistern. Oder das ist ein falschen Geistern. 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 rüttrieven man kann viel so eine Frau stahl das dort wir haben Hebräer 13 vers 3 da sagt je denkt an die gebungen die gefangen sind durch mishandlungen was sie beleefd haben und man kann denken an all die bei seinen Gästen die wir finden und wir hörten erst mal ein bisschen was wir haben die Wartelfinger von dem Problem da wird wir es immer mit den Beisen Gästen zu tun haben wenn wir die Wartelfinger wollen und dann kann man nicht sagen was die Eier beleefd haben weil es dort entstehen und hier finden wir von den Mishandlungen was sie beleefd haben wie kann es sein dass die Beise Gäste was sie sind wir können nicht sagen sie sind wir nicht wo ein Ding weil ich sehr klar merke dass wir nicht anfangen an Beise Gäste zu glauben das kommt er an so und so so und so schaufe und so wir studieren und wir fangen an dass das ungefähr die Wartelfinger schafft und wir glauben dass wir die Beise Gäste betrachten und anfangen zu glauben dass das geschafft dort ist der jahre schoffen ja farsch in der bibel würde klar sein dass ein städte ich hatte mich nicht abgeschrieben hier aber zeigt ja gelaufen nicht an all die altweber fabeln wortchen von den gelaufen war ich bringe da unten der altweber fabel ich glaube das ist in timotheus wenn ich sie die altweber fabel dort sind auch hafte kommen die jahre zu tun aber nicht wahrheit sind dort sind abgemärkte gedanken oder abgemärkte geschichten von wort fehler menschen und bleiben da unten wenn es der wort so gesagt ja heilig wird dort wort so gesagt so und so ist dort so wenn das wort so gesagt dann schien so habe ich auch nicht ein sehr klarer grund wort es und so können wir viel mehr dinge abnehmen ein menschen kann sich loten ein vloog abgeben joh das sei wie viel mehr das was dem hier passiert ist die nehmt dort nähen als ein vloog an sich und die dat dem vloog loten an sich schoffen heimarkt entschädungen ab dem flug das ist was wir morgen wird wird leidala man kann man nicht in ass wort er gebungen hätte sind am wort und wort er schien so die sind fast ich habe nicht so leicht losloten Paul ist in Hebräer 10 für die feierende Art hier gefahren, er sagt die haben die gehörte mit den fesseln und der Raub wo er sich beenden sieht, er sagt, die haben die jäte nicht wort und ich wollte vorschlagen, das heißt ich soll sie haben mit geholpen an die leu, dann haben wir seine sasslich eine prophezeiung, was Jesus gefeiert hat, wo wir von den beenden sind, und da ist die heilung in lösung, so als ihr kriegt, wie kommen wir von dort die hohe pfarsch, wo ich mit von reden will, das ist Epheser sass, vers 12, da redetet von, dass wir nicht mit fleisch und bloat zu schoffen, wir haben zu schoffen mit all die jäste, was wir das im Himmel harschen tunen, was das nicht was hingeräun, was eine dieste, in a sense und das ist, was ich würde bei den jästen an, die sind alle wehen so, dann schauen wir uns an, und ich würde die Dinge rausbringen, und ich würde sie alle betreffen, und betreffen, was sie dann an, und das ist bei den jästen, wenn ihr das im Himmel harschen, die sind alle wehen weil wir, an Menschen, aber klar mir, die weiß die jäste, was hier im Himmel sind, was dies da sind, dort sind sie nur, was an Menschen schoffen da sind, hier ist wahre so ein Ding, dort sind Menschen geläubt, und die jäste, dort sind sie nicht bloß an Menschen schoffen, die sind an verschiedensten Dingen, weil dann würden wir bei dem Thema kommen, wo Jesus den Teufel und die würde die, die den, was man gegräber wäre, ja da hielt sich dort so, dort die jäste, und die wird auch durch, wenn es Jesus schiemen, und die fangen an zu schrien, und die schrien, dass Jesus so nicht schwälen, ja, nur das ist doch, und Jesus die fragt, wer sind die, und dann sei sie dort, und dann freu und die jäste, dass sie können in der Schwinden fahren, und dann sage ich da, Gott, und die füren die Schwinden an, und was passiert mit die Schwinden, die stöke uit, dampten Männer an, um, am legten, am, am galileischen Männer an, versoprat alle. So, hier kämpft es in bedchen Betrag, wort wir glauben, viele Menschen von Jünden, und ich, worum für die jäste an die Schwien an? Und weißt du, hier ist ein einfacher Ding, was ich erkläre, weil ich glaube, ich könnte mit Frauen worum gläub ich für die jäste an die Schwien an? Vielleicht würde ich sagen, well, die soll ein Mann an zu versuchen. Vielleicht würde ich sagen, well, die ganze hat Schwien, die soll versuchen, um die Darpelle zu sein, ist was du passiert. Vielleicht würde ich sagen, wenn es der jäste, die können nicht das war Hans oder die, die in der Schwien an. Und da habe ich das drei Dinge, was ich gesagt habe, alle über die Rebellen. Und nicht weiten, worum war das gleiche Ursache. So, gerade an das, die ist drin. Da hat es nicht klar, es ist nicht, glaube ich, keiner von Ihnen ist klar, vielleicht hat es. Ich sage, ich habe eine klare Antwort für das, und da hat es auch, ich weiß nicht, worum. Das ist meine Antwort. Aber hier ist, wo das ankommen, dass wir einmal anfangen zu glauben, dass die ganze jäste kann in der Schwien an und soll versippen. Aber es stimmt absolut nicht mit der Schrift, wenn es in der ganze jäste kann ich versippen kann. Weil einmal in der Bibel sind gefangen, dass wir gleich in der ganze jäste versippen. So, das sind all diese Dinge, was die abkomme dann, und das ist die ganze jäste. So, man soll glauben, dass die ganze jäste, die Teufel, die kann an einem materialischen dink sich nahm saaten, und wenn man das was kreiftet, dink, dann hast du den bei das jäste im Haus. Nächste sage ich einmal, du hast den allem im Haus. Wenn du den belautst wirken, dann hast du da. Wenn du den nicht belautst wirken, dann hast du danach da, aber er hat keine Aktion. Und hier ist mir wichtig, dass wir klarer haben. Wir haben den Teilen von verschiedensten Methoden, wo wir seilen halten. Und das ist ein von der Dinger, was wir machen, wo viele Menschen mit schaffen. Und ist bei sie gestern. Das sind viele Menschen, die würden bei sie gestern aus ein Haus retriven, aus ein land retriven, aus eine stede retriven. Wo finden wir in die Bibel das geht, das ist. Das vers das me viel von das erklären, was ich an die Faisers hast 12, dort die böse Jäste die Tiene bloß durch schaffen wo dies das ist. Wenn ich rede von dies dann meine ich nicht danach wo dies das ist. Ich meine dort die in dem Hort nicht klar ist. Das würde ich schaffen. Wenn du anfängst zu glauben, dort die Jäste Tiene zum Beispiel hier an das Haus sein und wir wollen die rüttriven in das Haus, wenn du das glaubst dann fangst an dem Jäste und to glauben that that is what the cost down and but where might you do that when we the jäste les in the bible what jäses do have that the man should try for the root yeah we can it say in temple there are what are there do there can with the wiper arm stop the dash arm in nah that so you have my house to teufels house gemerkt or what say you schaff and that is bit hush back live live from down dollar and yes so that is what I will bring a fund the yes to much we close had is that and on the one on the base yes to live and do no half in the curve and on I say my mother step the base yes to have correct in the curve and ons van beyond a gliven or stick go yes and on half on your name gliven the only shape and there's why ask that the base yes they bring dance arms they bring dance on free life losing cat the go yes they have done free and free them what I told more and radio on and car all you are a trick way new long trick we are an order than the witch the hacks beam radio station and 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 that word they off you forgot the one day October it was more interesting when I thought man we came that goat for the hacks so fan the war had read and they said what this man he asked what have you of a car of and you that you can and 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 that so to see that then I said as a fruit as a hack we have absolutely China car on that I want to China down as the man so fat on and so be horn and so in your shake fat on that day on found to go on that and that what day life that is what time that we had a car and I thought so that you got fair that that would say and that is what me a clue me up that the teufel yes have blessed done the car off and once when we on found to go and what I did when Jesus I have the macht from the teufel back so in well have the back no in johannes 3 for the t the s that there is that lich so there is that lich that is not the right to say that lich is the crow for we have the teufel mark when it says the show from and when you in lich wohnen is then do you have not angst from we see yesterday we have there viele far I will you know my far ver 3 50 do it it from the mark their finster ness so that the carol and the distance neck well nix side dot dot for the ocean nah is this and dark is dark they on was excited on claw a ding and on what door ass with the total show we ordered in the depression close and it's gone crack so and man what a depression has they have so feel on glory and seen what I wait next where and see your father says and door ass with the two of mark con show so what brought we to down in om licht to komen and the man 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 and the man is and licht where am it what you and that is on the man Entschuldige, Natura, was es dort ist. Dort, wenn er redet am Pfarrer, dann sage ich, Jesus gleift on me and on Gott. Da steht, sage ich da, dort jaft er halt nicht auf Jada. So habe ich dort das Klo, dort nicht auf Gott jaft, weil dann würde ich sagen, viele Menschen, da nicht ihm, dann jaftet ihr ihm da. Das man da hat, oder die Bühne hat, dort ist er auf Gott. Das ist dort kein auf Gott. Wirklichkeit nicht, wenn es erst mal sein Gott. Und wir wissen ja, dass wir ein Klo haben, dort jaft nicht, dort jaft ein Streck Iser, ein Streck Smenter, ein Streck Brass. Die Israeliten bieten an den Garten nicht auf, sure, aber das ist nicht ein Gott. Das muss ich ein Klo haben. Wenn wir dort schon eine Nehnehmung und das sind auf Jada, dann fangen wir an dich zu glauben. Dann fehlt dir zu prüven, dass das so ist oder nicht. Und ich sage immer, wer will ein Klo haben, dass wir dein Hebt nicht mal studieren. Das helpt uns nicht. Für das Klo haben, das ist jaftet nicht. Johannes 1,5 Das Licht scheint eine Diesternis, und das Diestern kann ich beriepen. Immer wahrer Fingen wir von dieser Diesternis, dort als dort wird die falsche Jesch die Banne schaffen. Johannes 3,9 1,5 Das hattet ich schon, die Mensch, die gleiche Diesternis, das Diesternis, das Licht. Klo 1,3 1,5 Wir sind geradet von der Government, von der Obrigkeit der Finsternis. 2,5 2,5 Die 2,5 Die wird mit der Tierte, die Diesternis, die Halt verstanden sind. Und so fingen wir mit meiner Farge, ich habe ein paar abgenannt, Und das ist was mir sehr klein geworden ist. Wenn wir mit der Gäste wollen, zu dealen, dann ist das das Passte, wie es in dem Licht. Das, was wir in einer anderen Seite, was ich in einer anderen Seite sage, wie es alle abpassen, wenn wir in einer anderen Halbe wollen, dass wir nicht mehr versorgt waren, auch anfangen, teuflisch zu werden. Und das ist was der Bande haben, das ist was wir können weil Motor sprechen, blieb dem Licht, krachen, dass es alles so ab ist. Wenn wir damals so in der Taub sind, was an all diese wunderbare Dinge gläubend ist, dass wir nicht mehr einmal auch die Nennunglappe empfangen haben, um die zu gläubend, und was wir doch also sehen. Das kommt er an, dass wir verwecklen, wir haben alle die Symptoms an, die, wir können sagen, die, von woher das kommen hat. Wir fangen mit anderen an zu schaufen, du hast gesagt, wo uns das für einmal dies da wird. Ich habe nicht verstanden, warum macht das nicht? Wird es nicht verrat? Und du weißt, wie wenn wir alle Teufel zurücktreiben, dann braucht es wie im Dach zu sein. Ich denke manchmal an Jesus, wo er oft, er oft so steht, er denkt, dass er vielleicht direkt sagt, dass der Teufel nicht weitergeht, der Apostel ist auch. Ich glaube, ich kann das auch tun, und im Namen Jesu Teufel das hier zu verlassen. Aber mir ist es viel wertvoller geworden, um zu denken, um an dem Licht zu wohnen. Und wann wir wollen, bei der Jesu, da rüttriefen, so wie wir das nennen. Ich sage, wenn wir das nicht in Monster machen, oder ein großer Kmeier machen, oh jo, wir brauchen so viel Kraft, dass wir überhaupt keine im Teufel rüttriefen. Und da muss bloß so ein Mensch sein, wo er überhaupt die Gaubehaftung hat. So. Ich sage manchmal, alle Älter, die ohne ihre kleine Kinder all Teufels rüttriefen. Worüber das? Weil ich lege da manchmal auf der Flur und stank und bocke es nicht. Heißt du mal, wie sie sehen? Was ist das? Well, hast du ganz klar, das läuft für dich nicht lang nicht, es fehlt zu schwach, da tue ich jetzt, und ich habe so eine schede Bugs und beschenke es, und dann relax das. So hat es passiert, hast du den Teufel rüttriefen. Das ist ein teuflischer Mach, was er ist trotzdem nicht vom Gott, das ist vom Teufel. Und du hast da wie Teufel rüttriefen. Und nicht bloß dort, wenn wir alle waren, dann kommen so ein Ding aus dort. Wo ist der Teufel rüttriefen? Das Licht ist das beste Ding, was ich bekommen kann. Ich habe das auch vielmals erlebt, dass sie mich gefragt haben, um eine Person zu kommen, was sie seien sehr fast gebungen ist in die Gefangenschaft mit einer teuflische Macht. Ich werde manchmal gefragt, wo ist die kommen und dann mal den Teufel rüttriefen? Ich habe mich noch mit nichts beter bevangen, den Teufel rüttriefen, als mit Licht in die Hand zu kommen. Aber ich kann in die Person kommen und dann haben das Licht anbeiden. Was für Licht anbeiden? Aber ganz einfach in die Leute verheben, weißt du was in die Ferien? Weißt du worum das ist das? Hast du das Klo am hart bei die drüben da? Und die mensch kann betracht die rehen, dass die einmal sein kann. Ja, das mich, das ist das. Dann kann ich ihm das Licht anbeiden und anbeiden check, wo ich die gleich losstufen zu sein. Na, jo, da wurde gleich, ich hatte kein Schein da. No, na, worum was es hat, die gelene ist los zu kommen. Und wenn er dort einmal sein kann, dann verschwingt die Teufel, kracht es als Jesus da am even abging und das, die wird man gegräuwen wie ankommen schräg, weil ich weit nicht wo Jesus da ist, das abgekommen, ich glaube nicht. Ich glaube ich habe eine Person, mit einer ganz gelotet, klaret hat, ein ganz Dach und dazu Teufel sich vom Grill. Da schrie er. Und das sei wie ever und ever eine gelotet hat. Er kam mal eine Person nach, wird immer bei uns an der und ich bin bloß nähen und wir ganz furchtbar doll. Die Erste wurde mir gesagt, Danny, du sollst nur rein voorts für mich beden. Ich habe eine große Teufel gemacht, und mein voorts beden. Man noch mal, so half und schlupen und auch abgeregt, was je für es ist. Was soll ich beden? Was soll ich beden? Nein, mein voorts beden, nicht nach aller anderen vertellen. Well, was soll ich beden? was in der Messe will? Dann sehe ich mal einmal da, ich sage, da mal do. Dann wieder war er doll. Nein, ich sage, nicht do. Ich soll beden. Dann war ich da, ich gesagt, du Jesus sat da, ganz nat so stelle. Dann sage ich du. Von da wieder gehe mal doll. Dann könnt ich fragen, wo hast die, was fehlt die, wo am best ist a doll, wo ist die geworden. Dann fängt an zu drehen. Aber einmal sagt er selbst, wo mein doll wäre. Und einmal sage ich zu mich so, dass er hat meine schuld. Ich kann sein. Ich kann mich ab hier. So weite was das geloten hat. Das Licht wird hier sein, das was das teuflische macht. war weibring hat. Lukas 7 verscheinert wenn ich sage, er mag viele gesund von bei se jester. Erste Johannes 1 sagt, wer wundelt, die sind nicht am Licht. Die lehen. So wann dies ist eine lehne ist, dann sind bei se jester lehne. So und wann ich die dann weil die die mag das Teufel die hat hier in dieser Bödel hier ist das in das Nomen Böwen und die Menschen was sind es ist das hat immer diese Bödel mit teuflische Macht und die dohne. Wenn das war scheipend dann wahrscheinlich wurde die Kinder krank worden. Was ist da ein Gleifen? Weil die sind viele und jahres. Nicht bloß dort viele andere Dinge die im Internet und das soll nicht sein wenn sie ein Platz an Sicken aber du hast alle andere Dinge im Internet . Merken dann sie haben sie operiert . Worum ich davon rede ist ich habe hier nicht so viel beleefd als wie dem Nuden du hast so so bin in was hier auch gewaast oder Menschen lot sich operieren über die ding da konnte so koffie sein da wie in Bolivia so feine koffie und da heit man so wie alle man bei sich es besit und viele Menschen wieder gekrank geworden und all diese Dinge was so von da auf passiert hat mit all dieser Covid Geschichte gerade so eine Geschichte ist dort gleifst du da oder gleifst du nicht da und das wie man klar hat das ist bei sich da wo uns Angst merken und es ist wichtig dass wir in China sind was bei sich da sind und über der government wird ja red und über all die regeln wird sie tun und die will alles in Kontrolle nehmen ja kann sein macht ihr Angst und wem gleifst du und das ist was mir wichtig ist ich ein paar Predier lied was sein das bern wieder im Norden und die frühe im Himmel da nur war er kann helfen mit dort und die vertelte bloß ihr belief nicht sie hat man anderen selbst hat erklärt dass sie so so die so so die so die so die so die check nur war das wie wenn sie die kraft dann kriege sie bei sie erst am his na und sie fange an an sich nur zu 8 joh erst dort so und sie hatte ziemlich kränkel die Kinder auch die haut plus die waren verchillt und schnarrt und schnarrt und sie achten ja sie habe so eine seib und fangen sie dort an die die sind da wenn sie schnappig die kriege eine allergie von die seib und das wird ein falscher yes sein so sei dann und nehmen dort alle wach und dann es nicht gelöst das bleibt er noch so dann sie sie nach meia die haben sie eine sort spielt ich noch immer fing sie an wo sie an sie hax und spielt ich an ja hüß so und dann war sie glaubt sie noch dollar becaus dann sie dort spielt ich will ab riemen dann schrien in toben er ching dort spielt ich nicht los so nur sie noch lohrer das im weiser jahres bern sie wieder er ching all besit und fand spielt ich und wenn wir dort verbrennen wollen dann oh wird der teufel in die ching so ging es staub für staub wieder und sie dort verteilt habe dann frage ich mit meiner frau und in die ching wenn ich im stuh fahren na denen ist angst mit dem stuh die früh seht an dann sage an die ching wir wollen und beten dass die bei sie jester wird am stuh sein nicht woran so tosten und da man so stuh jinger dann sagt mami du musst erst lesen was da boven ist eine graute angst passiert in den jinger weil man was hat er to do die fange an zu glauben an all diese ding und hier ist wichtig dass wir klar hat merken wir nicht zu schwinnen all das ding wird uns dies da sind glauben ich will nicht sagen dass nicht noch was so ist aber es fehlt dir vor und du fangst an zu glauben an als wenn du nicht acht ist und nimmst nicht hin für dort mein Bruder fuhr noch im Doktor und hab ich gestoht und sei ein gauder Doktor und sei geloof da viel an und fahrt auch an und dann sei du er schaub den das licht aber regen dann fahrt die Doktor mit seiner hand und arm ungefähr 2-3 saal auf und buchse ist am doel und brissel nicht und dann macht sich lang troch voll dosis mit medizin und fahrt mit den Nudel boven hier duck ab sein buch raum und einmal hält die stellen und duck dort so was ich weiß nicht he nehmt den medizin med und betult dem doktor und dann sagt sie war vor er fahrt dem medizin dem fenster rütt und er fahrt in hüß und dort habe ich nichts zu tun haben wir nicht klar und das ist was tun mit rüten wenn nicht klar ist nicht sein das alles haxer ist wenn es nicht klar ist du hast wo das kommt hat haxer wo vorseyerie evergloves altweberfabeln ist die matheers ein feier habt nicht acht auf die weberfabeln sie geben nur viel fragen und bringen euch ab von den glauben das war das so viele verschiedenste Dinge wie wir keine frauen haben ein predio kommen immer frauen und wir tun das in der früh wird trich merken das strecken und die sind die glieder an die sind wild das na jo kann die auch ich wüs nicht worum das na haks wird sein aber na die glieder wat da wieder gewaast hat am ge frag wat sie zullen doen wenn die hat runde schmack glotte steiner am baklag und auf ein halt oven wat halt rekt er duid und die brukt die steiner tum die mensch in reggen rubbeln und dan worden all die krank hat im rigen kommen an rütt und so glotte dort hat wat man hat rütt te doen wora wisst das nicht na ag se da mei mal bet je kalt so ne sache set dis pred bloß weits wat dat freit me dat mit dis is selbst hier früh, der hat ein Glas. Und da ist es dann mit, so wirst du nicht wahr, ein bisschen Alkohol nennen, steckt es an, und dann brennt es, und da ist es rein, führt es auf dem Angeschmierterrecken ab, dann juckt es da, mit dem Druck verlängern, und dann soll alle Krankheit heilen. Well, wir sind nicht sehr weit in Science, aber, weißt du dort, dort waren die so ein Viermerkern in so ein Glas, dort hat es Sühn, das ganze Lader, das dritt so nachher, damit er dir dort den Arf verdorst, das Hauptdar nicht, weil eigentlich, was es natürliche Ding. Und das ist ein Ding, was viel passieren hat, mit all den Geschichten, in wunderbare Teuerstrickerien, die Jungscheckerien, all die Dinge, weißt du was, ich hatte keine Angst, wenn ich meine Jungschecke, wenn ich die Jungschecke auf die Röscher nicht, las ich meine Jungschecke. Wenn ich da, was kann sein, ich habe das gelehrt, dann will ich das gelehrt, und das ist nicht für meine Haxerie. Und so ein Mensch, den ist Angst verzünd. Well, das ist ja vorerst auch, wenn du nicht der Hingertjams warst, das ist die Diesta, dann einmal fangst an alle Hunden, gleich schneid, die Haufen besonders drüge, da muss ich das gelehrt, dann muss ich das gelehrt, weil ich das rechte Röscher nicht gelehrt, dann muss ich das gelehrt. Und das ist so viel, wenn ich das habe, das hat alle mit dem Bösen, das ist das gelehrt, das ist das eine falsche Anstattung, falsche Lieder. Der Teufel ist machtig, das will ich nicht sagen, wenn du nur Teufel ist, das ist sicher der ist. Der ist sehr machtig, der ist dazwischenmal so stark, dass wir sind. Aber, wenn wir im Licht wohnen, so ist Gott im Licht, Gott seine Wulst, oder seine Kraft, ist ein Millionen Mal zu steuern. Und das wird eigentlich verdreht, wenn wir reden von weißen Gästen, falschen Propheten. Und in der Teufel schafft, eine Geschichte, ich weiß nicht, ob jeder hier hat, aber es war 20 oder 30, vielleicht noch länger, dann ging eine Geschichte, mit dem Kahn, das ist ein bisschen Noah, und die Bibel soll hierher noch, die schafft manche Indiens in Canada. Nun wird es jetzt vertaald, ich weiß nicht, wie wir es dann auch nicht deutlich, aber, ich kann da noch lange nicht so viel, aber es wird gesagt, dass die Menschen in die Gesellschaft, die Indians, die Chiefs, die haben einen Flug mitgegeben. Und er hat gesagt, in den Hüssen, in den Hüssen, die haben einen Hospital, und er ist ganz, dödisch krank, aber er muss das durch. Und dort wird, auf so einen Weg vertraut, dort ist, was die Teufelische Macht ist. Das ist, was die kann tun. Nu, ich kann bloß erklären, wo ich da von denen anziehe, das müssen wir noch, die wird bloß da, wenn krank, da gehen dort darb, wenn sie selbst geliebt, das wird passieren. So, er fangt an, an der Dieste Macht zu glauben. Und das wird der Teufel eine Macht gerichtet. So, in der Bekäse sind geschrieben, dort der Teufelsdeiner, die können sich einig werden, in Prediger krank merken, oder in Prediger sterben merken, mit der Teufelische Jäste der Hand schenken. Glauben Sie dort? Nu, werfen wir nicht an so einem Glauben. Wenn es Gottes Wort sagt, anders, in der Glauben, wie brauche ich bei den kleinen Dingen anfangen? Weil, ich sage manchmal, die Schwarte Kote, da lacht dann, so alle, wirklich, wie weit die alle, wann wir reden von, wann Schwarte Kote, wenn wir eigentlich ran, dort so ein Eugleck. Weil, manchmal wird dann an Spurs gemerkt, dass wir weit die Torte, die du eh war, na, die werden anders nicht wahr, die du eh war. Und dort sind viele Dinge, sind so einfach gestört. Werfen Sie nicht schwer merken, weil, in der Nacht, den Fäner Schwarte Kote, da wird Gott auf Schwarte gemerkt, wo dann will, wie der Teufel nach ihr geben, an dein Glieder. Absolutlich nicht. Und da sind viele so Dinge, die wir machen. Und weißt du, wo das herkommt? Ich habe das hier, die Diesten ist, die kommt, uit dem Hort, dort, als wir Sinn geplant wird. Und die in den Hort, das wird er anfangen. Woherum, wenn du jaffst, du magst, die Opfer dort. Markus 7, Vers 21, sagt, uit dem Hort komme, beise Gedanke. Matthäus 9, Vers 4, sagt, woherum denkst du, beise denn dein Hort? Matthäus 12, Vers 34, wo das Hort von Fall ist, dort jette, wie mir lebe. Johannes 14, 1, lott jund nicht, in Hort grüllen. Gleift an Gott, und Gleift an mich. So, das ist, was ich mal merken würde, wie wir alle klar haben, an wem wir glauben. Und dann, das ist nicht, wenn das ein falsches Jahr, das Gleifen. Und so kann ich viel mehr Dinge reden, dann sollte ich gesund beten, jo. Das ist auch ein Ding, was viel steht, aber einmal, einer der Gleift, die kann man sich gesund beten. Und dann, ich sage einmal, wie auch sehr viel, mit dem Menschen gesund geworden. Und das sage ich, in der Bibel, wenn wir waren die Menschen, die Hänge bleiben, und beten mit euch, dann wurde die gesund geworden. Gleich wie du an, sicher. Aber das ist dann, das ist eine andere Sorte, die gesund geworden, ja. Ich sage einmal einmal, ich sage eine Gruppe hier voran, dass wir mal einmal den, was ich kloppen, und wir merken, dass wir schichten ab, und das soll so Lutus sein, wie wir das haben können. Und wer wird da in der Wahrheit geblieben, Gott kann gesund werden, das will ich noch schon, gleich wie du an, das geht auch. So viel mehr. Ich sage einmal, ich kann meine Frühjahrs niemals, ich gehe vor, gehen und beten, mit Krankheit, die gesund werden. Und wir haben sehr viel erlebt, damit, dass die Menschen, die Hörte aufmerken, in Läuschloote, von all das sie gebungen haben, die Gefangenen schaffen, war es sogar, wird, die Hörte aufmerken, die Hörte aufmerken, die Hörte aufmerken. Wir wollen jetzt ein klein bisschen sagen, was wir dealen mit der Gefängnischaft, was wir hier ist, was wir tun, was wir tun, was wir tun. Und wenn wir die Gefängnis haben, wenn wir die Gefängnis haben, wenn wir die Gefängnis haben, haben wir die Gefängnis gehalten, dann muss ich die Menschen erklären, was wir tun. Und wenn wir die Gefängnis haben, können wir das in Kapitel 3 tun. Und da gibt es noch etwas, was wir beteiligt sind. Wir wollen die Gefängnis haben, was wir tun. Wir sind mit Christus abgestoßen. Und ich will euch ein bisschen Gedanken überbringen. Ich bräuchte dort, und nur dort bräuchte ich Römer Saas. Wenn wir erst die Menschen um Licht bringen, dass sie wirklich zufrieden können, dann wird ich viel mehr Menschen werden, die haben Probleme mit einem Betten, oder mit Lust, oder eine Gefängnischaft, wo ich nicht loskomme. Ich kann sie nicht vergeben, oder was auch das. Und dann wird ihr mit, wo wir im Bilden wollen. Ich werde hier auch darin, und ich will euch das mit erklären. Ich sage euch an, dass wir uns hier sind. Wir sind in der Land, oder in der Lande. Da haben wir die Lande nicht. Ich kriege nicht, was wir nehmen. Und Gott ist hier und wir ergeben uns Gott. Er wird wie vom Teufel genommen. Die handeln uns. Und die Beziehung möchte ich nicht alle vertellen, aber ich sage es. Ob er durch Gott seine Leibengenode und Glauben auf Jesus Christus, dann schreckt wir den Teufel. Die haben nicht mehr die Macht in uns. Und das versuche ich den Menschen stütlich zu merken. Das meint nicht, dass wir niemals eine Sinn tun. Aber wir haben eine vollkommene Macht in uns, was Gott selbst ist. Und die lebt in uns, dass das nicht ein Bund sagt. Doch er hat seine Satze in uns, was er in uns ist. Sein Jesus wohnt in uns. So, dort ist eine vollkommene Macht, was Gott hier in uns hat. Und dann sage ich, dass, wenn wir sind, Kalasche 3 verscheint, wenn wir sind abgestohlen mit Jesus. Dort meint, ihr sterben zu sind und abgestohlen mit Jesus. Dann sagt er, dann tragt er nur dort, was hier begottet ist. Tragt er nur dort. Worum? Wenn es Jesus ist hier, dann heißt er, an für uns. Er steht an für uns, begott. Der zweite Vers sagt, dann tragt er nur dort, was im Himmel ist. Nicht nur dort, was er begottet ist. So, wenn du dort klar hast, worum? Wenn es wir sind, mit Jesus hier werden und Gott verborgen. Der vierte Vers sagt, wenn Jesus das Leben, was wir hier haben, uns auf dem Baum machen. Was meint das? Wie können wir sein? Das ist nicht dieser Tag, das ist der Tag. Dort soll ich sein. Wenn hier steht, dann war wir an. Dort sagt er, dann war wir oben geworden. Herrlich hat, jo. Dann war wir an, was wir haben. Und dann war ich, da war einmal, was du an. Ups. Worum? Kann ich einmal nicht erinnern, was ich hoffe. Worum? Da war ich immer, was ich all geworden. So, hier oben Bordnitz war einmal. Und das ist, wo wir erst heute von der Wartelfingen. Ich war mir noch da, dann habe ich sie in den Gottes. Ich habe den Teufel aufgesagt, weil ich war mir noch da. Und wenn, was war ich da? So, da hat man wohl ein bisschen was von, nicht? Da war ich noch da. Da war ich, da hast du den Hammer, kannst du immer noch nicht loslassen. Und da habe ich dich da. Und das ist meistens passiert, was dort mal passiert. Und dann flamm ich ab. Das war ich versich, den Menschen im Licht zu bringen. Da hat er selbst mal sein gekonnt. Das ist, was mir passiert. Und wenn ich das nicht losmerken will, nicht wo dort merken, und das kann sein, weil du auch Schmerz. Ich habe auch noch nicht mit Vergebung dort gemerkt. Das war ein Teufel zurücktreiben. Dann erkläre ich dem dort, dass er einmal klar war. Und dann einmal sage ich dir, dort ist es mir deutlich. Und dann frage ich, wenn die dort klar ist, dass die Charaktie es nicht schafft, wie die. Da war ich immer da. Oder da war ich immer im Sinn. Dort kann ich los sein, ja. Ich habe dort mal ein Beispiel genommen. Der hat Porn gecheckt. Seine Lebens lang. Porn ist ein wichtiges Ding, wo ich dir jedenfalls von reden. Dort hat ein Mensch, ich sage mal, ich muss Bilder nennen, und brennen an sein Verstand. Woher brennt er dann ein? Oder am die Wasserkeufe sein. Woher brennt er dann ein, wenn es ein Duipetje viel, wo er sich an die losnehmen lässt, und hat das Bild ihm sein, und das will er immer weiter verkommen. Und dann kann er lange befried sein, in morgen, in früh, whatever es ist, lange befried sein, und wenn er immer weiter, wenn er mit sechs zu tun hat, dann flieh er an diese Bilder verkommen. Und da macht er einen Schwach, dass er auf dem Charme, für den dritten Arme der Gedanke am Kopf nimmt, kann er nicht losfahren. So, dort sind Glied, wo er auf diese Erde ist, wo er den Teufel noch mal schafft. Und wenn er dort klar wird, dort ist, wo er mein Arme trübelhaft, nur für den Saramana checken. Und jetzt sagt, hast du noch? So, ich habe verschiedene Dinge, die über die Trübel sind, die noch mal klar merken, dass er wirklich muss sein können. Das ist mein Trübel. So, wo wir da über das, am Glauben, wenn es im Licht, wenn es seine kostet, wenn es weiß, hier ist Wutter, dann kannst du trinken, nicht? Die ist doch klar. Das ist was es ist. Das ist was mir fehlt. Und dann würde ich in Gebet gehen. Ich würde an Frauen, was du dort lossehen, hast du klarheit über das? Hast du das deutlich? Ja, dort ist es mir deutlich. Das ist bloß, krechts ist mir das jetzt. Okay, dann würde ich beten. In dem Fall würde ich in Gebet gehen, in Vorabend beten, und ich würde mich im Namen Jezus an die Teufelische Macht noch drehen, mit so einer Welt hätte ich das verstanden können, und ich würde dem Teufel, die beiden, an die Namen Jezus, was die die Kroof aufweich genommen hat, dort im Krieg, hast du diese Person zu verloten in das Poet, wo du einmal noch mit einem schaffst. Und da ist wo ein Mann, ein Mensch, was wir beleid haben, und einmal sage, nicht sieglos, nicht siegfried. Und dann brauche ich Rheimer, Kapitel 6, Vers 3, weißt du dort an, dort wann du rein gewaschen bist, da sei ich ein Teufel, jo? Weißt du dort, wann du die Teufel hast, dass du allein zu dem Tod Jesus Christus getoff bist, hast du dort klar, wie haben wir gebet, und durch den Glauben an Jezus, was begot, ansteht für dich, allein durch die Kroof bist du nie frei geworden. Und dann sagt die Vierer Vers, und wann du mit Jezus tobt, und wenn du reine Tod begroof bist, dann wird die Tjaarpe von Sinn nicht mehr in die die Macht haben, dass du wahren wirst die Sinn tun. So geht es wieder. Das Seben erfahrt, wer du gestorben hast, erreicht vor dich von Sinn, glaubst du dort, dass du gestorben bist, du das Glied ab zu sehen, dann bist du frei von Sinn. Ach der Vers, und wann du bist abgestohlen, oder gestorben bist, sagst du, glaub ich, dann glaube ich, dass du wieder mit Gott leben, wenn Jesus storf, wie weiter dort, ich storf wieder hatte dort seine Kraft, und an der twaft, auf der Versach, nie hold die do fair, dort sind gestorben, bis, und dann sie nicht ware, juhuersam, dort lost von dort eine Glied, dort ware, was schnell lot, sagst du, dann habe ich den Teufel hier rutschackt, die Welt vor zu erträg, fängt mit Kolosser, dann leid er auf, wenn die dame waren, die danken kommen, wenn die mit dem besser jetzt, was immer mag, sein, dass der besser Platz nicht beteert, das nicht gut genug Büsse hier tun, wenn du durch jahre hast been hier lebt, dann muss mir er chan , das ist ein glied an mir, wo der däunen, dann gut wach, das habe geregelt. So das ist ein Ding, was viel mehr wird schaffen, mit bei sie jahre däunen, das ist was zum anderen wach ist am anderen däunen, weil ich nicht sei an däunen arach, aber das ist ein langer däunen, was ich bröken, tun wirklich mit bei sie jahre schofen. Besonders was mir wichtig ist, däunen, hier ist Christus und da ist Christus und da ist dort und da ist die Hand und dort kämpft all das counseling nähen, mit bloß etwas Fehler zu säken, das ist eine die machen, die nicht zu merken, du hast das und dort alle an däunen, an däunen, 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 und ich weiß, einer sieht mal zu mir, däunen, 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 Wo ich die andere jäste auch noch rüttrieven, wo ich vielleicht die Bände sind. Ich sage, von den Dach an, ich habe ein Charme gehabt mit so einem Sinn, wo ich nie muss sein habe. So war das es war. Hier ist es, was die Strecke, was ich dann kam, ich habe ein Prägerbedeut von ihm. Dann habe ich das nicht gemacht, und ich fange es dort an zu leben. Gut, ich freue mich, ich bin es der Teumer. Dass wir schon ein Zeugnis hätten, da kann man eine große Angst geben, wenn er nicht weiß, was das ist. Und das ist ein Anklang, und eine hofliche Angst, dass er nicht mit ihm bezieht. Und weil er ja so betet, und einer kann das nicht, und wird es nicht sein, und alles. Und der Teumer kann uns halten, geluten zu sein. Und wenn wir in Jesus in der Hohen sind, dann sind wir im Licht, und dann kann er nicht Fensternis nähen. Ich persönlich weiß auch, dass ich manchmal Angst hätte, wenn wir noch Zeugnissen von sind. Und das eine ist erst allgemein. Wir haben das sehr einfach, nicht? Wir können das ganz gut sehen, und im Licht wohnen, dann können wir dies dann nicht gleich an uns nehmen. So, zum Beispiel, das ist ein sehr einfacher Ding. Und doch, weil wir immer waren am Gäste wohnen, das ist wie Lads hier, und das wurde es wirklich am Gäste. Und ich sage, dass wir in der Hohen wohnen, das ist, was wir sollen lernen. Das ist wie ein Hahn, das wenn wir da entleuhen, dann passiert das, und wenn wir da nicht entleuhen, dann passiert das nicht. Ich kriege so von einem Krisen, ich habe von Menschen gehört, dass ich mein Bruder, und mein Freund, dass sie krank geworden sind, lohm geworden, oder gestorben, dass sie in der Krise immer gingen, wie sie immer haben. Weil irgendwas da bei mir dann nicht. Ich bin natürlich auch jemanden geworden, dass irgendwas nicht getan hat, in der Krise immer gingen. Und wenn wir da entleuhen, oder nicht entleuhen, dann ist das Unentscheid. Das ist immer ein Fehler von diesem Ding. Wir brauchen nicht Angst zu haben. Angst ist jedenfalls auch von dir, also wenn Gott dich bietet, dann darf das Frieden. Du redest nicht von charismatischen Bewegungen, und so ein Fehler, immer gingen die mit den Wahlen, bloß durch verschiedene Gruppen Menschen. Und wenn die abkommen, dann geht es da so großartig, Menschen bleiben, wundervoll. Die bringen sich nicht mehr Pälen, die bringen sich nicht mehr, bis zu beden, und dann haben sie alles. Und dann aber nur ein paar Jahre, dann aber immer dann. Dann war der Träger, wo sie auch sind, gewaßt. So dass sie sagen, dass sie nicht durchhören, und meine Freundschaft, das ist ein Ding, wo sie sich in einer engen Rahn mit, vielmehr mit, und sie tun sich eine große Anfahrt ab, wenn sie zu Hause anfangen zu laufen, dass wir alles machen können. Wenn sie alles machen können, und wenn sie es nicht schaffen, dann müssen wir noch alle laufen, und dann müssen wir noch da, noch da, noch hellher sein, noch alle Fosten, und dann warten. Wenn sie nicht, dann warten wir noch, und sie tun sich selbst ein großer Anfahrt ab, und dann stehen sie zu sich, und dann stehen sie zu sich, und dann gehen sie sich in der Hand, und dann müssen sie den Frieden genießen. Wir haben noch von den Monster, die Drinks, was der Monster ist, dass sie, so Menschen sind ja auch, was sie machen, dass sie dort, mit der Saas, Saas, zu tun hören, und so weiter, und jetzt sind sie nichts, wenn man zu tun haben, in Wahrlichkeit, dass sie bloß ein Lachduschen, und Drinks ist, irgendwo ist es nicht. Ich wollte von ihnen reden, von dem Wuselich, weil ich nicht so ein bisschen dort bekomme, ich habe auch, und ich habe auch, von denen sind, dass sie das, dass sie hoch ist, und wenn man sich sagen, dass sie sich feststellen, dann können sie alle haben, so ein Lachduschen, oder der ersten Vater hier vorne, und ich denke so, hast du dich so, abgeregt, aber, dass sie sich direkt feststellen, auf dem Wuselich, so ein Lachduschen, ich habe auch ein Beispiel, von wo er in der Düve, sich auf dem Hüse, an den Tünen gesaht, sie haben ein Schmack, ein Bild gemerkt, von denen, und sie hat ein Schmack, ein Wuselich, und dann wird, der zweite Lüte, wird der Mohn, und ein Hotschlag gestorben, und nun wird ein Lüte, ein Schmack, was, was sie damit erzählen, also, dass sie jetzt, so ein Aufstieg, sie hat sich ein großes Bild, und merken von dort, und wohnt, und ungemerkt, das ist ein Ungedänk, von der Düve, und dann, und sie hat sich gefragt, ob sie das Friede haben, wenn sie das Bild sagen, ob sie Angst haben, oder wenn sie wirklich nicht die, würden sein, und so, und ich sage, sie hat sich Friede, sie hat sich Friede, sie hat sich Gott, und sie hat sich die Wolken geladen, und sie hat sich Friede, und die anderen haben Angst, sie wird weiter gestorben, und wenn sie mit der Mütter gesprochen haben, nicht sich Angst haben, bloß sich Friede, und Gott hat sich wirklich nicht die, die Dürf gewesen, und wenn sie hat ein Kind Friede, der ich fing, oder in der Mütter, dann geht da ungefähr, und wenn, wieder nicht, wo die Dürf merken, wenn sie wahres in der Dürf sahen, dann hat sich Friede, und es war dann ein Schmuck der Dürf, aber wenn sie nicht glauben, dass irgendetwas passiert, wird ein Zeugnis, von einer Person, die sehr dringend in Dall gepflegt hat, und geredet hat, und er war fach, und eine andere Person, und er war ein bisschen ständig, was hat ein bisschen gehorcht, hat zwei Stellen ein, er genutzt, und er war ein Frag, dass sie da noch wieder, und ja, hier wieder noch, und der zweite Lüter, er war wieder gekommen, hat bekannt, und da leitet, also, er fliegt, und er rät, hat die Arme, die Arme, wie vor allem, ein Farsch, ein geländiges Antwort gestellt in Zorn. So habe ich mit dem DIVO all die Macht genommen, nur ein geländiges Antwort, nicht so. Da wurde noch weiter erwähnt, dass wir in jedem Fall waren, zu denken, dass die böse Gäste sind an ein Mensch. Die sind nicht an die Hüse oder wo andere sind. Die Gäste und die Schlagte, die Schlagte und die Schlagte haben, zwei Hüse, der eine hat ein Beispiel, der merkt von zwei Hüse, ein Wetter und ein Schwester. Ich sage, dem, was er vordert, das ist das, was er war, das ist das, was er lebendig ist. Das war mit uns. Wenn wir anfangen, und die Schlagte und die Schlagte wagen, das ist das, was er lebendig ist. Aber wenn wir den Gäste vordern und an Stürbänen vertiefen, dann ist das lebendig in uns. Das war ein Helfand der Rede, auch wenn die WhatsApp-Messages da war, das war mir wichtig. Ich hatte auch meinen, die sagen, wenn Menschen sich luten Angst an denen, oder sich luten wegen und sind die Messages, die geschickt wurden, und die sagen, wenn die was von denen gott sind, dann muss das nicht so viele Menschen schicken, oder wenn die schicken, oder irgendwas sind, oder irgendwas. Das geht mir immer so, da bleibe ich bloß nicht an. Das ist alles. Ich habe nichts mit mir zu tun, wenn sie das geschrieben haben. Wenn ich sage, dass irgendwer etwas sein wird, dass ich kriege, dann schicke ich irgendwer dort nochmal. Aber nichts, wenn das geschrieben steht, das weiß ich nicht, wo er dann so oder so ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns nicht luten bringen, und so ein Ding. Ja, wenn ich böse jäste habe, da war dann ich ab einmal von selbst, irgendwo, da habe ich eine Anrichtung studiert, oder ein Anrichtung gekauft habe, ab einmal sind er mich angekommen, und mich gebungen haben. So eine Lehre im Grunde genommen, auch wegen Halloween, und all seine Halloween-Kande, die dann so ein Blutband haben, und was auch immer alle. Das ist nicht, wenn ich den Kunden überhaupt nicht habe, gebeten, wie ein böse jäste ist, wie ein Böse ist, dann muss man klar sein, dass es nicht ist, dass es nicht kann, dass es nicht Wenn wir böse jäste, wenn wir böse jäste, wenn wir den jäste, wenn wir den guten jäste, wenn wir den guten jäste, wohnen, wenn wir Wutanfallerie abstellen, wenn wir alle jäste, jäste, wir haben was von der Wutanfallerie ab stahl, das nicht starten, kriegst du nicht mit dem weiss ja erst nicht so. ist ist das